Was ist das coolste an deinem Job? Was ist dein Anteil, wo du sagst, deshalb mache ich das? Was ist das coolste an deinem Job? Das coolste an meinem Job ist, dass ich mich im letzten mit dem beschäftigen kann, mit dem ich mich beschäftigen möchte. Es geht bei uns um vielfältige Formen der Kunst, ob das jetzt Musik, Literatur, bildende Kunst, neue Medien ist dabei. Ich darf mich mit diesem Thema beschäftigen. Und wenn ich das sage, gibt es natürlich jetzt viele Zwänge und jetzt gibt es eine zweite Geschichte, warum ich das besonders gern mache, die mit einem Leiden begonnen hat. Ich habe viele Jahre lang den österreichischen Kulturservice geleitet. Das ist beendet worden und ich hatte dann die Gelegenheit zu sagen, okay, jetzt stelle ich mich ganz auf eigene Füße, jetzt mache ich mein eigenes Unternehmen mit Kollegen und mit Freunden zusammen und jetzt eine Qualität der Unabhängigkeit erreicht zu haben. A, das tun zu dürfen, was ich wirklich möchte. B, es unter Umständen tun zu können, die ich mir auch selber geschaffen und ausgesucht habe, ist ein großes Privileg.